Was? Ich glaube, dass jemand gerade move'n kann. Vorhin, so Racing Point, ganz kurz nur. Jo. So, jetzt kann das Quali durchenden, ich bin 11. Ey, wie kommt euch wieder zurück dann? Gar nicht. So, sieben hin. Boah, ich hab mich hier gerade verbremst. So, Junge, jetzt hängt ja alles von der letzten Runde ab, Alter. Ich wär nervös, Markus. Wir sind bei Crazy Kenneth starten, das wollen wir alle nicht. Man muss halt über eine Sekunde schneller fahren, jetzt. Ja, Mühlstein kommt nicht in die Top 10 mit dem Medium. Mateo. Boah, glaub ich eigentlich auch. Ja, so eine 15.5 darf nicht für Top 10 reichen. Jo, gemeiß jetzt. Nee, dafür werd ich sorgen. Ich werd eine 15.2.9 fahren, Huck. Okay, hat sich eh verbessert. Mit Medium. Oh, mit Medium, Alter. Das ist echt krass. Okay, das geht weiter. Ja, aber die Zeit ist eigentlich jetzt... Die hab ich schon mal gesehen. Die 15.3 mit Medium fahren. Ja, da wird im letzten Run noch mal ein bisschen was zueinander gewirscht, glaub ich. Oh, das ist so. Eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ich hab ein gutes Leben. Was los? Ja, ich kann nicht jetzt die Outlet voll pushen, weil... Ganz ehrlich, auf den Reifen muss ich eh nicht stoppen. Auch wenn ich...